hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von genus solo too many bones ist heute wieder am start wir befinden uns in tag 6 und starten direkt einen neuen encounter um auf den weg zum bösen trollhäuptling nom zu kommen viel spaß dabei und da sind wir wieder zurück in delua wir befinden uns in tag 6 brauchen nur noch einen punkt um hier in die stadt zu kommen wo unserem sich verschanzt hat um ihn dann auch herauszufordern jetzt sind wir dran eine neue encounter karte zu ziehen ja das werde ich jetzt tun und euch diese dann vorlesen es ist ein kinderspiel zumindest rede ich mir dies ein als ich 1000 feillängen in der luft hänge leider ist diese alte seilbrücke die die beiden bergrücken miteinander verbindet uralt eine mir unbekannte gruppe ist mir auf den fersen und ein handelsposten vor mir es bleiben mir nur ein paar sekunden um eine von zwei unklugen entscheidungen zu treffen entweder ich drehe mich um und kämpfe auf dieser brücke welche aus verrotteten seilen und holz besteht oder die zweite option ich versuche es über die brücke zu schaffen und dann meine verfolger mit dem durchtrennen der brückenseile ins tal zu schicken ja jetzt haben wir zwei möglichkeiten wie kommen wir am besten über die brücke variante nummer eins wir kämpfen auf der brücke hätten wir jetzt hier unseren bq tag 6 ein georlog werden wir bei sechs und hier und drunter steht noch zwei bei die points kommen dazu das heißt wir hätten acht das heißt wir hätten einen fünfer gegner und drei einer aber der kampf ist beschränkt auf linie 1 klar die brücke ist schmal wir haben jetzt nur diese vier felder zur verfügung das heißt die gegner kommen hierhin und wir würden uns ja wahrscheinlich stand hierhin platzieren um dann auch direkt kämpfen zu können ohne großartige textualität zu verwenden das heißt wir würden als erstes den fünfer kriegen und dann die 1 und ein nach den anderen da wir gute heilfähigkeiten haben könnten wir es eigentlich riskieren was die andere variante die andere variante ist wir hätten wieder unsere bei die points das heißt also ein fünfer und in einer sondern sollen wir diese aufdecken und für jeden fernkampf bei dir sollen wir zwei angriffswürfe werfen und den schaden auf unseren georlog applizieren also drauf tun und wenn wir überleben dann wäre es ein erfolg aber keine belohnung da wir nur zwei aufdecken müssen und die chance dass es ja fernkämpfer sind die liegt so beim ich denke mal so bei 50 50 gehen wir jetzt mal davon aus dass wir einen von den beiden als fernkämpfer ist und wir dann zwei würfel werfen müssen im schnitt werfen wir dann zwei hätten wir auf alle fälle zwei leben die wir verlieren aber wir würden dann schon den encounter beenden und unsere recovery phase wieder ja voll aufladen das heißt ich werde hier war ich ja doch gern zum endgegner möchte und ich weiß was uns hier erwartet der fünfer kann manchmal ganz schön zäh sein und das ganze der ganze aufwand wegen einer kleinen loot karte ich werde hier ja mich versuchen irgendwie über die brücke zu hangeln und mich der fernkämpfer die da jetzt kommen zu erwehren dann hole ich mir mal den fünfer stapel und den einer stapel ran ja und dann gucken wir mal zuerst müssen wir wieder den fünfer aufdecken und hoffen dass es kein fernkämpfer ist dann haben wir hier ok nahkämpfer das ist schon mal gut kein schaden auf uns hätten jetzt gegen ihn gekämpften neuer der hat zwar drei angriffswürfel wir hätten gute verteidigung gehabt die sachen hier unten machen gar nichts denn wenn er uns verspottet dass wir ihn angreifen mehr gegner hätten wir eh nie auf dem feld gehabt und rating ist ja diese geschichte mit den verbündeten orcs wäre auch keiner da gewesen wäre doch eine lösbare aufgabe gewesen ja aber entschieden ist entschieden das geht dann auf den ablage stapeln und ja dann gucken wir jetzt noch für den einer baddie und was haben wir hier auch einen mili und auch einen orcs gewesen aber da wäre dann ja auch nach und nach gekommen ja hätten wir auch kämpfen können wir haben bestimmt lösbar gewesen aber so gehen wir auf alle fälle unbeschadet in ja die recovery phase wir haben den encounter geschafft haben zwar jetzt kein loot gekriegt aber wir kriegen unseren progress punkt das heißt wir gehen jetzt hier schon mal in die stadt rein und könnten wenn wir wollten jetzt jederzeit den endgegner und jetzt beschwören statt einer normalen encounter karte zu nehmen müssen wir mal gucken wir haben ja noch ein klein wenig zeit und ja jetzt kriegen wir noch zwei trainings punkte und da gehen wir mal rüber zu patches und schauen uns mal an wie wir die am besten verteilen ok was machen wir für die zwei trainings punkte hier oben das sieht eigentlich schon recht gut aus wir haben drei angriff wir haben zwei verteidigung können vier würfe gleichzeitig werfen sechs leben könnte man vielleicht überlegen ob er noch auf den siebten geht aber ich glaube wir sind jetzt in tag sechs kommen in tag sieben und hätten noch den tag acht für den endgegner und ich denke mal ich werde auf all or nothing gehen das heißt am tag acht werde ich zum endgegner gehen das heißt ich werde noch riskieren einen weiteren encounter zu machen für den tag sieben und vielleicht patches dann für den endkampf noch ein bisschen stärker zu machen und vielleicht dann noch dann später seine gesundheit noch mal um eins zu erhöhen das heißt ich werde jetzt die zwei trainings punkte verwenden um ja hier fähigkeit fähigkeiten zu verbessern und da überlege ich gerade was ich tue da hole ich mir mal die schale ran wir haben ja hier unser medkit unser medkit bedeutet eigentlich wenn wir werfen kriegen wir ja ein bis drei leben je nachdem was wir werben werfen als heilung das kann natürlich wenn wir jetzt schon bei sechs sein recht wenig sein deswegen werde ich jetzt hier in die fast hands gehen das ist quasi der nächste würfel hier und da ist es sieht ähnlich aus wie das medkit nur dass hier eine multiplikation drauf ist das heißt ich werfe die beiden würfel im bedarfsfall zusammen und würde dann die beiden ergebnisse miteinander multiplizieren wenn ich beide würfel dann auch verwende das heißt die chance hier ich glaube mal einer gibt gibt es bei uns gibt es hier drauf ja aber ansonsten die chance dass wir hier dann eine hohe multiplikation kriegen ist sehr hoch und dann können wir uns wenn wir knapp kurz vorm ko sind uns noch mal richtigen großen heilbuß geben das heißt ich werde als ersten trainings punkt die fast hands die schnellen hände nehmen um uns schnell zu heilen und als zweites was ich machen möchte ist mich mit gift zur wehr zu setzen das wäre also dieses hier dieses toxin ist auch ein stern das heißt ich kann ihn gleich lernen braucht keine voraussetzungen außer dem trainings punkt hier sind auch zwei bones drauf wenn wir so was mal haben sollten noch vielleicht jetzt zur information schon dann müsst ihr immer einen slot überspringen das heißt also wenn wir denn das jetzt der erste bonnwürfel wäre den wir werfen würden würde der frei bleiben und der hier hingehen um zu signalisieren wir sind hier an stelle nummer zwei beachtet aber dass ihr wenn patches jetzt eine fähigkeit hätte die jetzt nur ein bonn in in seinem backup plan verwenden würde dann müsste ich dennoch diese würfel nehmen um diesen mitzunehmen und dann würde ich einen verschwenden weil man tut immer die knochen von links nach rechts aufbauen aber auch von links dann benutzen und alle anderen werden dann nachgeschoben gut aber die toxin möchte ich gerne mitnehmen weil damit kann ich gegner vergiften und da kriege die kriegen auf alle fälle dann auch den schaden jede runde der hier drauf steht wird dann immer um eins runter reduziert bis in das gift irgendwo weg ist aber das gute daran es ist ein permanenter also ein tatsächlicher schaden er ignoriert rüstungen dicke haut oder irgend solche sachen und deswegen ist das eigentlich eine ganz tolle sache ja und dann haben wir jetzt unseren dritten fähigkeitswürfel drin und ja wer denn jetzt sind die recovery phase kommen den encounter den lege ich ab für unseren progress punkt den habe ich ja schon vergeben ja was können wir machen wir können jetzt scouten um uns wieder anzugucken was kommt als nächstes vollgehalten sind wir noch wir haben keinen schaden davon getragen vom letzten encounter das ist gut oder wir können für besser loot suchen und da ich dieses hier nicht wirklich benötige um ja mein training etwas erfolgreicher zu machen ich werde nicht mehr also viel trainieren weil die beiden sachen werde ich glaube ich auch so lassen das heißt ich werde diese karte ablegen und gucken dass wir ja vielleicht was besseres finden ja dafür nehme ich meine würfelschale und nehmen wieder sechs angriffswürfel und hoffe auf viele knocheln so einer tja gut einer ist besser als keiner sagt man so schön und dann gucken wir uns mal an was wir hier so kriegen ziehen einfach eine karte raus aus der schachtel und haben hier gadget arm zweimalige benutzung ja da haben wir eigentlich den bock zum gärtner gemacht oder das eine zum anderen ausgetauscht hat wieder was mit dem training zu tun dass wir die sache noch mal verwenden könnten auch das ist nicht unbedingt die loot card die die ich mir erhofft habe legen wir sie ab vielleicht haben wir noch die möglichkeit nach dem nächsten encounter noch mal nach was neuem zu suchen ok recovery phase ist abgeschlossen wir gehen in den siebten tag von den acht hinein ja und dann gucken wir mal ich hoffe dass es diesmal nicht die reitenkarte nochmals nein ist es nicht in die nächste encounter phase und die lese ich euch jetzt vor ein verlangen nach schlaf stößt meine angst von wölfen gefressen zu werden zusammen diese fackeln brennen nicht so lange muss und freiwillig aus meinem schlummer gerissen wird meine schlaf ausrüstung zu einem wirbelsturm des chaos als ich unter meiner decke hervorgekrochen komme ein paar glutreste flackern schwach im ausgehenden feuer und geben gerade genug licht um überhaupt nichts zu sehen ich schaue nach oben und durch die bäume etwas mondlicht zu finden doch der blick in den nachthimmel wird plötzlich vom schein zweier riesiger gelbe augen verdeckt als ich langsam stehe dreht sich mit der magen um als mir klar wurde dass ich immer noch höchstens die halbe größe des biests habe verzweifelt durchsuche ich meinen gürtel nach einer waffe die nicht da ist und dieser böse wolf sieht ziemlich hungrig aus das hat uns gerade noch gefehlt wölfe ja ok welche möglichkeiten haben wir um uns gegen die wölfe durchzusetzen wir sehen auf alle fälle es sind beides kampf entscheidungen die wir machen müssen die auch keine extra belohnungen geben aber hier unten progresspunkt ist jetzt für uns nicht wichtig der würde verfallen weil wir haben genug aber wir haben noch mal zwei trainings punkte und eine lootkarte kriegen wenn wir dieses schaffen würden das ist natürlich für den endkampf dann total genial wenn wir das schaffen würden welche möglichkeiten haben wir müssen unseren bq wieder zusammenstellen und würden jeweils wir sehen dass hier einen einer belly kriegen das ist jetzt nicht so tragisch aber einen 5er wolf das ist beides das gleiche aber was ist hier unten bei der ersten entscheidung finden wir unsere waffen nicht und wir können unsere fähigkeitswürfel das ist also unsere gift und unsere mad kit in den ersten zwei runden nicht benutzen ja das ist jetzt gar nicht so tragisch weil so heilsachen sollte man ja gleich am anfang eh nicht verballern und hier unten muss er was anderes suchen da die anderen sachen kennen wir können nur die heilsachen und unsere gift in den ersten zwei runden benutzen ja die entscheidung ist relativ einfach ich werde dahingehend dass ich meine waffen zuerst benutze und auf die fähigkeitswürfel in den ersten beiden runden verzichte ja und dann hole ich mir jetzt mal die medis da haben wir hier den einer gucken wir was wir kriegen okay wir kriegen einen drachen mit einer neuen fähigkeit die gucken wir uns gleich an drei leben ist ziemlich schnell dran nur ein angriffswürfel und es ist ein fernkämpfer der würde dann hier platziert werden ja und den wolf muss ich mir jetzt aus den 5er wolf muss ich mal aus den bettys raussuchen die ich hier nicht im spiel daran teilnehmen weil wölfe sind wildtiere und die waren nicht bestandteil des staats sind das heißt ich suche mir den jetzt raus ja und dann kommen wir gleich zurück und dann gehen wir die beiden gegner noch mal durch so ich bin wieder zurück und habe mir den 5er wolf rausgesucht hier seht man das symbol wäre sonst nicht dabei gewesen ok gucken wir uns zuerst den wolf an bei denen ja den sollten wir als erstes sogar platzieren weil es ist die fünfer geschichte also geht der eine nehme ich dann hier in die zweite und der wolf in die erste weil die höheren sollte immer zuerst platziert werden gucken wir uns mal den wolf an wolf hat sechs leben ist ja relativ schnell und greift mit vier würfeln an das ist schon recht viel dann haben wir lashback 2 lashback bedeutet ganz einfach dass jeder schaden ja von einem gegnerischen ja von einer gegnerischen einheit das ist in dem sind unsere gearlocks oder unsere verbündeten auf ihn rein prasseln automatisch zwei schaden zurückwerfen gegen die wir uns zwar ganz normal verteidigen könnten aber wenn wir ihm schaden zufügen beißt er uns quasi zurück geht aber nur bei nahkämpfern das heißt wenn ich jetzt hier ein fernkämpfer hätte und schaden drauf machen würde dann würde das nicht ausgelöst werden aber wenn ich bin nachbord zu ihm stehe und schaden auf ihn mache dann wird der schaden auf ihn appliziert und sollte er dann noch am leben sein dann gehen zwei schaden wieder zurück gegen die ich mich aber dann auch verteidigen kann okay ist ein nahkämpfer deswegen in dieser linie dann haben wir hier ja diesen drachen der hat nur einen angriffswürfel hat auch nur drei leben aber er hat die fähigkeit engulf engulf bedeutet ganz einfach dass er allen zum ziel benachbarten einheit und da sind auch die befreundeten gemeint den gleichen schaden zufügt sprich also er steht hier und unser gearloge würde hier stehen er würde uns angreifen dann ist der wolf mit benachbart würde auch diesen schaden abkriegen um sich ja dann auch dann verteidigen zu wissen sofern er es kann davon nochmal abgesehen wäre der jetzt mal im falle hier und würde jetzt hier drauf gehen der schaden geht hier mit drauf dann kriegt er durch das lashback das natürlich nicht zurück weil das lashback funktioniert nur gegen für ihn gegnerische einheiten während das engulf auch auf seine verbündeten mit zählt das können wir zu unserem vorteil benutzen so und dann würde ich mal sagen ich überlege mir jetzt die taktik baut die ganzen stacks auf und dann werfen wir unseren initiativ dafür patches und dann gucken wir mal wo wir ihn am besten platzieren da sind wir wieder zurück und wir sind jetzt dran den initiativ würfel für unseren patches zu werfen ja der hat ja nur drei und vier drauf das heißt die chance ganz nach vorne zu kommen ist fast ist unmöglich und mit einer vier wären wir noch vor dem wolf dran ja und dann gucken wir mal was wir jetzt am besten daraus machen wir haben eine vier und sind vor dem wolf dran und ja jetzt heißt es positionieren wohin gehen wir ja schwer das versuche mit einem präventiv schlag da ich ja noch vor dem wolf dran bin wie habe ich direkt vor ihm gehen hat erstmal zwei vorteile weil wenn er mich jetzt angreift gegen das kann ich eh nichts machen ist ein fernkämpfer egal wo ich mich jetzt hier hin setzen würde würde er würde mich erreichen würde ich jetzt hier hingehen würde auch der wolf reinkommen weil ich darf mich als mini nur hier vorne hin bewegen es ist also vollkommen egal wo ich mich hin positioniere wenn die beiden dran sind erreichen sie mich beide und würden angreifen das heißt ich werde zuerst dann versuchen den wolf anzugreifen der zweite vorteil ist natürlich wenn er angreift erwischt er die benachbarten einheiten mit das heißt der wolf kriegt von ihm noch zusätzlichen schaden mit ja und dann fangen wir ganz einfach an runde 1 geht los der drache sprüht sein feuer mit einem angriffswürfel und den holen wir uns jetzt und werfen einfach mal mal sehen was kommt ja ein treffer das heißt wir verlieren ein leben und der wolf verliert ein leben da ein benachbartes ziel von uns ist flashback funktioniert nicht auf befreundete einheiten aber der drachen hat im schul auf gut was passiert als nächstes wir sind dran kriegen erst mal unser leben wieder zurück tolle sache nichts basiert daran kannst du weitermachen ja fähigkeitswürfel können wir nicht benutzen auch mal auch nicht gut könnten jetzt ein gift da würde das schön auf dem wolf schon runter ticken da haben wir noch eine runde 1 sind dürfen wir nicht weil die encounter karte sagt uns ja wir dürfen die ersten beiden runden runde 1 und 2 diese sagen nicht benutzen aber was wir auf alle fälle machen können wir können angreifen und uns verteidigen und wir haben ja zweimal verteidigung dreimal angriff und dürfen vier würfel werfen da das flashback von dem wolf das heißt also die werden auf alle fälle wenn ich ihm schaden zufüge zwei angriffe zurückgeworfen werde ich auf alle fälle zwei würfel nehmen um mich zu verteidigen und natürlich zwei um anzugreifen und versuche ihn etwas schaden runter zu knübeln dann wünscht mir mal glück außerhalb wir haben hier einen knochen wir haben ja 24 schaden und zwei schilde ok mal sehen was wir damit machen gut also das erste was wir machen ist den knochen den können wir nicht anders benutzen als in dem backup plan rein zu nehmen des weiteren die zwei defensiv sachen gehen in diesen aktiven slot 3 ich werde mal die kamera etwas rüber ziehen das seht ihr dass hier oben rechts noch drin dass die jetzt hier drin sind und habe trotzdem das spielfeld weil das kind im vollen blick ja und dann haben wir hier unsere vier treffer die jetzt erstmal auf den wolf einprasseln 1234 ein leben hat er noch das heißt er hat dem angriff überlebt und wird jetzt sein flashback auf uns wirken das heißt er macht zwei schaden die aber sofort von unserem schild was wir dann wieder entfernen müssen abgeblockt werden ok das lief gar nicht so schlecht habe jetzt zwar kein schild gegen die vier angriffswürfel die ja gleich werfen wird aber mit sechs leben hoffe ich doch mal dass ich da ja noch ein bisschen überleben kann dann ist der wolf jetzt dran und wird mit vier angriffswürfel mit vier angriffswürfel versuchen uns das leben schwer zu machen ja 123 knochen bringen ihm nix ist nix drauf was irgendwas aktiviert das heißt drei schaden gehen auf uns nieder können wir auch nicht verhindern 123 weil wir kein schild mehr haben das war es schon für rund eins wir kommen in runde nummer zwei keine effekte die drauf gehen das heißt es ist wieder der drache dran der wieder auf patches mit einem würfel angreifen wird mit seinem drachen atem und er hat ja nix getroffen das ist ein bisschen schade weil hätte er jetzt einen getroffen dann wäre der eine hier auf den wolf mit gegangen und hätte ihn automatisch besiegt ja so müssen wir es selber tun was vielleicht auch jetzt nicht so tragisch sein wird ja das war es schon für den drachen wir sind dran kriegen ein leben zurück dürfen immer noch nicht unsere heilfähigkeiten benutzen aber werden jetzt nochmal angreifen und zwar werde ich jetzt hier wieder mit zwei verteidigungswürfel und einem angriffswürfel weil ich brauche ja nur noch einen schaden und bei den verteidigungswürfeln habe ich die chance dass ich bruns krieger und vielleicht kann ich dir noch für irgendwas verwenden ja keiner bei uns wir haben zwei schilder die hier jeweils einzeln eingeloggt die müssen auch einzeln eingeloggt werden ich kann jetzt nicht sagen ich verwende jetzt nur eine mache 10 2 drauf also ihr müsst sie wirklich so rein tun in die slots wie ihr sie geworfen habt weil auch das würde dann wieder auf die würfelanzahl für schilder angerechnet werden ja und dann haben wir hier die zwei treffer die sind mehr als genug um den wolf auszuschalten das lashback wird jetzt nicht aktiviert weil das wird immer nur dann aktiviert wenn der gegner bzw der wolf auch noch am leben wäre das heißt wir können unsere zwei verteidigungswürfel hier drinnen auch noch behalten das war gar nicht so schlecht der ist raus wir haben jetzt runde 3 und der drache ist wieder dran und wird wieder versuchen mit einem angriff und zu behagen was jetzt nicht so tragisch ist und ja trifft uns auch für 212 hat die trifft er uns nicht weil wir haben ja zwei schilder 12 wunderbar schön abgeblockt patch das hast du super gemacht und in dem sinne sind wir schon wieder dran wir dürfen jetzt heilfähigkeiten benutzen beziehungsweise unsere würfel an sich das heißt ich werde mich jetzt versuchen mal voll zu heilen als erstes am anfang kriege ich ja sowieso einen zurück haben jetzt schon fünf leben ja muss ich benutzen oder nicht das ist jetzt die große frage drei leben hat er okay wir werden 122 dexter wie die verwenden habe ich jetzt noch zwei übrig und dann werde ich ein verteidigung und ein angriffswürfel erstmal machen und diese runde zu überbrücken haben zwei treffer 12 hat noch ein rest leben übrig ein schild was hier reingeht und damit war es das für unseren zug wir haben rund 4 der drache ist wieder dran wird wieder mit einem angriffswürfel schaden zufügen eins was sie da auf unserem schild negiert wird ja und dann kriegen wir anfang unserer runde wieder 1 zurück 1 2 3 4 5 sind jetzt wieder auf volle sechs leben und können jetzt noch ja vollen angriffswurf noch nie mal zwei angriffswürfel und zwei verteidigungswürfel vielleicht kriege ich noch was knochen hin wir können auch noch ein bisschen ziehen wir heilen uns ja jedes mal vielleicht ist jetzt eine gute gelegenheit unseren backup plan hoch zu treiben das werden wir tun ich werde sie zwei verteidigungswürfel benutzen was ich noch benutzen werde ist das toxin hier aber nicht um gift auf ihn zu bringen denn ich versuche knochen jetzt zu kriegen wir haben jetzt ja den luxus dass er nur mit einem würfel die ganze zeit angreift was wir relativ schnell mit unseren schildwürfen verteilen können zumal wenn er einen trifft und wir uns in der nächsten runde wieder heilen das können wir so lange machen bis wenn wir in runde 6 sind weil dann wird diese erschöpfungsphase losgehen dann kriegt er jede figur ein schaden er auch und wird dann sterben aber so lange könnten wir versuchen noch die knochen zu kriegen das heißt für die vier dexterity werde ich den grünen würfel benutzen diesen und diesen ok so ein glück so diesen muss ich nicht benutzen ich habe ihn zwar geworfen muss ihn aber nicht verwenden werde ich auch nicht weil ich habe ja jetzt hier jetzt schwenke ich mal ein kleines bisschen rüber unseren backup plan werde jetzt würfel einslotten und zwar 1234 wir sind jetzt schon auf nummer fünf ja jetzt könnten wir unseren backup plan benutzen es ist natürlich jetzt wir haben noch eine möglichkeit runde fünf und noch noch mal die knochen zu verdienen auch die würfel würden hier nicht angerechnet werden ich könnte dann wieder die verteidigungswürfel machen problem ist nur was heißt problem wenn wir jetzt den sechsten haben würden wir zwar diese innate plus 1 fähigkeit kriegen von patches was bedeutet wir kriegen automatisch eine gesundheit mehr und könnten andere gearlocks sein dieser effekt andere gearlocks zu heilen ist im spiel sehr sehr wichtig und deswegen ist die fähigkeit dahingehend sehr stark wenn wir alleine spielen wäre es ja quasi der einzige vorteil dass wir hier einen kostenlosen plus eins kriegen würden auf gesundheit weiß ich nicht ob das so viel wert ist weil deswegen würde ich gerne was mir jetzt ein bisschen bitter ist den vierten knochen nehmen und zwar wir können dann einen verbrauchbaren würfel und aussuchen und ihn platzieren zur benutzung verbrauchbar sind die gelben wir haben hier einmal die möglichkeit für liquid life das ist also ja nochmal extra leben oder wiederbelebung was uns ja nicht viel bringt weil wenn wir als einziger letzter spieler chaos ist die gegner vorbei können wir nicht wieder wiederbelebt werden energiezellen nützen uns zurzeit nichts weil wir keinerlei stimmpack haben aber diese vergifteten pfeile sind sehr gut weil da können wir wieder gift auf den gegner applizieren und ja das möchte ich sehr gerne haben deswegen werde ich jetzt für vier knochen und wir müssen wieder von links abbauen 123 und jetzt kommt das bittere die vier ist hier das heißt ich muss diesen doppel mit verwenden das heißt ich muss alle knochen die gehen wieder zurück aber den weil das ja weil ich ihn verwende darf ich nicht wieder hier zurücknehmen er gilt als verbraucht für diesen kampf und kommt hier an die seite zu den verbrauchten würfeln aber ich kriege jetzt diesen würfel für diese vergifteten pfeile dart pfeile und den kann ich mir jetzt hier rein tun und kann ihn ja ab jetzt auch benutzen ja das lief doch gar nicht so schlecht dann gehen wir mal wieder ins kampf geschehen zurück wir kommen in runde nummer fünf der drache ist dran wird jetzt angreifen mit einem würfel ich hoffe nicht so stark zwei verdammt na gut dann 12 gehen runde das heißt uns fehlen jetzt zwei leben aber das ist gar nicht so tragisch weil ich jetzt mich gleich heilen werde und ihn eigentlich ja jetzt noch mal sechs zusammen zu kriegen ist fast unmöglich den die anderen für vier jetzt nützt mir auch nicht für den backup plan das heißt ich werde ihn jetzt zusammen mit meiner heilung dann ausschalten das heißt wir sind dran kriegen erstmal unsere unseren fünften lebenspunkt wieder dann nehmen wir hier den einfachen heilwürfel erreichten ja auch weil die 1 ist glaube ich kein knochen drauf nein ist nicht das heißt 1 kriege ich auf alle fälle die multiplikation brauche ich nicht weil ich nur ein leben habe und würde ihn jetzt ja auch mit drei angriffshürfeln also dass er meine viertex dann auch jetzt versuchen auszuschalten so man haben wir hier einen treffer eine knochen den wir hier rein tun können dass nur die 1 getroffen aber in dem fall ist das nicht so schlimm weil wir sind jetzt wieder auf volles leben und treffen ihn für zwei schaden was mehr als genug ist um ihn auszuschalten und der kampf ist gewonnen dann ja was kriegen wir jetzt progress punkt brauchen wir nicht sind ja schon voll dran zwei trainings punkte und eine loot karte ja dann gehen wir mal rüber zu patches auf die matte und schauen mal wie wir das ganze jetzt für uns günstig gestalten ok unsere counter haben wir geschafft das heißt wir schon patches wieder zurück dann der würfel geht wieder zurück das wird aufgeräumt geht raus die verbrauchten würfe fähigkeitswürfel dürfen wieder ihren platz finden ja die runden counter geht für die nächstes wieder auf eins und ja wir ziehen mal als erstes eine loot karte sehen was man diesmal kriegen hoffentlich nicht wieder training beim start ist dann des nächsten tages bekommen wir eine zusätzliche begegnungskarte können eine aussuchen und die andere zurücklegen ja da könnten wir uns jetzt einen encounter aussuchen wenn wir als nächstes einen normalen starten würden tun wir aber nicht weil wir kommen jetzt in tag 8 wir müssen den boss jetzt herausfordern sonst haben wir verloren das heißt die karte nützt uns gar nichts also wirklich nichts da ist sogar noch der gadget arm besser ja was machen wir wir haben zwei trainings punkte die wir vergeben können den ersten möchte ich auf alle fälle in leben stecken und haben wir jetzt sieben leben schon mal nicht schlecht so und jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen was ich tue ich liebe euch mit der knochensäge weil das ist noch mal ein zusätzlicher angriffswürfel der aber keinerlei knochenhalter sind also mal gezielte treffer und auch die chance hat ja ein dreier angriff zu machen was richtig viel schaden ist andersherum ist es natürlich für einen heiler auch nicht schlecht noch ein bisschen defensivfähigkeiten zu haben und vielleicht sich die atempause zu schaffen um sich wieder voll zu heilen ich werde es riskieren und werde defensiv erhöhen schauen wir mal was kriegen das heißt wir müssen wieder unsere probe machen wir müssen zwei verteidigungswürfel werfen und ja haben zwei versuche lang zeit keinerlei knochen zu kriegen haben aber auch zum zentrenot unseren gadget haben ja wir haben jetzt hier einen knochen den dürfen wir noch mal werfen und haben wieder ein knochen das heißt dieser diese sache ist fehlgeschlagen aber jetzt können wir diesen doch mal diesen gadget an benutzen einmal und das ganze noch mal machen weil steht ja drauf wenn einer ein trainingsversuch fehlgeschlagen ist kann man diesen arm benutzen und das ganze noch mal zu probieren ja wir haben wieder eine knochen und dürfen noch mal als quatsch das habe ich in falschen würfel geworfen machen wir das ganze noch mal also einen hatten auf alle fälle und ja diesmal haben wir es dann auch geschafft und dürfen wir jetzt hier unsere verteidigung 1 jetzt haben wir unsere belohnungen alle verteilt karte kann abgelegt werden jetzt haben wir die recovery phase wir sind ein vollen leben das heißt wir brauchen ja nichts wir können wieder nach bösewichten ausschau halten wir gehen zum endgegner ich glaube das ist irrelevant was wir jetzt ja großartig erspielen ich würde lieber versuchen diese komische karte jetzt einzutauschen indem ich hier für bessere loot suche und werfe die hingehend ab und nehme mir wieder meine würfelschale mit sechs angriffswürfeln ja und hoffe dass ich ein bisschen was ziehen darf ja wieder nur einen knochen manometer gar nicht so leicht ja aber ein dürfen wir ziehen es ist immer noch besser als das was ich bisher hatte die ich ja gar nicht verwenden kann vielleicht kann ich das ein bisschen benutzen ja multifunktions werkzeug ja hier dürfen wir wenn wir so eine truhe aufmach geschichte benutzen könnten würde uns dieses werkzeug helfen wir haben natürlich keine von diesen trove loots um das mal zu testen wenn diese runde nachher auch vorbei ist ich werde nachher noch mal separat noch mal auf dieses lockpicking eingehen dann werde ich euch noch mal zeigen wie das so funktioniert wenn ihr eine trove loot kiste habt wir haben jetzt in dieser runde keine uns erbeutet weil unsere encounter das ja für uns einen besseren weg gar nicht so direkt her gegeben haben aber ich will es euch nachher trotzdem zeigen deswegen werde ich dann nach der runde noch mal so eine truhe ziehen und euch zeigen wie dieses lockpicking dann funktioniert ja aber das nützt uns nix hier noch einmal benutzt wir haben noch unsere ja herbst die können uns dann auch noch ein bisschen heilen im kampf haben wir noch zwei aufladungen multitool und gadget arm nützt uns eher nix ja dann geht es jetzt in tag 8 ich drehe den encounter und dann rufen wir mal norm so dann werden wir jetzt norm rufen und haben jetzt hier auf der rückseite die vorbereitung und auch wie der kampf funktioniert gegen unseren tyrannen so als erstes sind die normalen baddie points party of one ignoriert es also das heißt wir spielen allein das heißt wir hier wird es keine zusätzlichen gegner ergeben vom stabel würden wir mit mehr als ein stapel mehr als einen gearlok spielen dann würden hier noch zusätzliche gegner neben norm kommen aber da wir allein spielen können wir das ignorieren wir kämpfen tatsächlich wirklich nur gegen norm selber ja dann sollen wir norm am unter an der untersten seite vom bq dann legen also würden wir jetzt hier welche haben bei tag 8 wäre es ja wenn wir jetzt zwei gegner hätten wären das schon bei die points von 16 dass wir haben 3 5 und in einer und unten drunter würde dann norm kommen man müsste ja sind zwar dann auch alle vier danach auf dem spielfeld dann wird es nämlich schon ganz schön anstrengend aber für uns als solospieler ist es hier ein bisschen leichter wir nehmen nur norm und das ist hier sein chip drehen wir dann um und der kommt jetzt auf die unterseite des pelicun da nichts anderes drauf es ist auch der der jetzt kommen wird wir haben hier er hat sechs leben nur das ist gar nicht so viel wenn ich mir an den wolf uns denke der war glaube ich ähnlich greift mit einem angriff und eine verteidigung und hat natürlich seinen tyrannenwürfel den er immer mit werfen wird bei jedem angriff ja dann ja erst sehr langsam dass die wahrscheinlichkeit dass wir eher dran sind ist ja unendlich hoch weil wir haben nur dreien und vier und drauf das heißt wir sind auf alle fälle vor ihm dran da hat ja ja dicke haut 3 das ist natürlich heftig weil wir müssen erst mal drei angriff generieren um die haut überhaupt erst mal durchlässig zu machen und mit dem vierten dann ihn zu treffen wer vielleicht doch besser gewesen die knochen säge zu nehmen und mehr angriff zu haben ja nützt jetzt nichts aber wir haben ja noch ein paar gift sachen weil die dicke haut wird durch gift ignoriert weil das true damage ist also tatsächlicher schaden und mit gift können wir den wahrscheinlich recht gut in griff kriegen ja recover 1 bedeutet immer wenn er seinen zug beginnt ist ähnlich wie bei patches bekommt er ein leben zurück dann haben wir hier diese das ist neu diese kleinen fußtapsen diese fußabdrücke bedeuten er darf sich diagonal bewegen also er ist der was meistens bei bossen so ist oder manche jetzt glaube ich zwanziger bettys haben das auch die haben die möglichkeit sich diagonal zu bewegen er wird uns quasi immer reichen selbst wenn wir hier sind und er ist hier 12 obwohl jeder kommt da nicht dran weil er darf ja nur in horizontal oder vertikaler angreifen und nicht diagonal aber bewegen kann er sich dennoch fast über das ganze feld um uns zu erreichen ja dann baue ich noch mal auf was haben wir noch dann hier auf der karte schauen wir mal noch ja immer nur ein gearlok auf dem schlachtfeld wir haben nur ein deswegen ist das für uns jetzt hier total irrelevant aber ich will es trotzdem euch mal zeigen wenn ihr mit mehreren gearlok spielt müsst ihr entscheiden welcher gearlok zuerst geht um gegen norm anzugreifen und erst wenn dieser gearlok ausgenockt ist das heißt also besiegt ist darf der nächste gearlok dran das ist also immer ein 1 zu 1 kampf ja dann hier noch mal die fähigkeiten die er hat die dicke haut noch dieses noch mal beschrieben die ersten drei schaden außer was tut er mit ist dann würde erst direkt drauf gehen da noch mal seine heilung um ein leben am anfang seiner runde ja hier noch mal die effekte des tyrannenwürfel den wir dazu werfen wenn dieser totenkopf kommt dann ja klaut er uns quasi unsere ganzen defensive die wir auf uns drauf haben bevor er den schaden durchführt das heißt die defensivwürfel gehen weg und er haut uns dann richtig drauf also ich glaube es war doch die falsche entscheidung auf defensive zu gehen und nicht die knochensäge zu nehmen ja entschieden ist entschieden das müssen wir da durch und dann haben wir hier noch die donnerkeule das bedeutet dass er uns noch zusätzlich einen tatsächlichen schaden zufügt und uns auf die am weitesten entfernte position schubst also sagen wir mal wie er steht hier und wir würden hier stehen und er trifft uns dann wird es die weiteste position hier hin zurück geschubst werden also immer in die richtung wo er dann auch schlägt ok wenn ich das noch mal genau lese an die von seiner aktuellen position entfernt also nicht nur gerade linie sondern wirklich das weiteste was von ihm weg wäre wäre also dann würde er uns hier hin schlagen immer das was am weitesten weg ist wird es den gleichstand geben dann dürfen wir entscheiden wohin wir gehen ja dann baue ich jetzt auf und werf unseren würfel und platziere dann so bin ich wieder zurück normals aufgebaut wir werfen noch unsere würfel obwohl das so denke ich mal keine relevanz haben wird weil wir sowieso eher dran sind das heißt wir haben den ersten schlag und den sollten wir auch tun nichts nicht vergeigen dann wird es nämlich dann ziemlich knapp weil auch selbst wenn wir dann in irgendwann das ein langer kampf sein sollte in runde 6 kommen würde würde das spiel uns immer wieder einen schaden nehmen aber da beide die regeneration haben wird uns diese erschöpfungsphase beide nicht wirklich kratzen es sei denn wir haben nur noch ein leben oder norm nur noch ein leben weil dieser effekt kommt immer als aller allererstes ok wir sind dran würden jetzt eine heilung kriegen wir sind voll geheilt müssen also nichts machen und überlegen jetzt wie wir unsere vier dexterity am besten einsetzen ja als aller allererstes werde ich von den vier dexterity meine vergifteten darts benutzen ich werde die toxins mir noch aufheben weil die haben die chance mit bones und hier ist ja die chance dass ich ihn treffe etwas höher zwar ist der würfel dann weg aber ich brauche ihn dann eh nicht mehr nach dem kampf deswegen werde ich hier diese darts als erstes benutzen ich kann auch nicht die toxins jetzt zusammen benutzen weil es darf immer nur ein gifteffekt auf einer figur sein sobald ein neuer gifteffekt kämen würde würde der alte überschrieben werden selbst wenn es ein geringerer effekt wäre deswegen nach und nach wir werden erst darts nutzen um ihnen den schaden zuzufügen und dann alles weitere so laufen weglaufen bringt von ihm nichts er kommt eh ran mit seiner bewegung das heißt wir haben jetzt noch drei würfel möglichkeiten die frage ist was tue ich gehe ich mir an die defensive wie die chance ist natürlich wenn ich mir hier sein würfel angucke er hat viel viel die keule 1 2 ja also die chance ist höher dass er mich weg kickt und einen tatsächlichen schaden zufüge als dass er mir die defensive runterschlägt aber nicht desto trotz ich will ihm so viel wie möglich runterschlagen und er hat ja nur einen angriffswürfel das ist jetzt auch nicht so die große masse das heißt ich werde alle drei angriffswürfel jetzt hier benutzen heilen kann ich mich ja auch noch ja das wird wohl die beste variante sein ja und dann gucken wir ganz einfach mal was wir jetzt schönes mit unseren würfeln hier machen ach das sieht gut aus jedenfalls vom gifteffekt erst mal gut dann werden wir erst mal diesen dart aktivieren so das bedeutet eigentlich nur dass jetzt ein gifteffekt auf ihn platziert wird und zwar hier mit derselben zahl die wir jetzt hier den pfeil haben das bedeutet also er bekommt jetzt hier den gifteffekt von 3 und das ist ein nicht blockbarer schaden gift wird immer so aktiviert wenn er das nächste mal dran ist bevor er irgendwas macht gifte werden immer zuerst aktiviert also die debuffs kriegt er drei schaden das was hier drauf ist kriegt er immer einen tatsächlichen schaden und dann tickt das gift um einen runter dann das nächste runde wird er zwei kriegen dann ein und dann ist er quasi schon hinüber deswegen die drei gift sind schon mal richtig toll das weiter muss man noch ein bisschen auf das timing gucken und zwar wir werden beide fähigkeiten die jetzt hier eine rolle spielen gerade wir haben einmal auf dem tyrannien jetzt den gift effekt und da steht halt da dass am start von dessen runde nachdem der schaden ja durchgeführt worden ist der würfel um eins reduziert wird das weitere hat er aber auch das recovery was er am start seiner runde dann ein leben zukommen würde jetzt könnte natürlich der fall eintreten dass beides zugleich seinen tod bedeuten könnte wenn wir jetzt das gift zuerst ticken lassen könnte da könnte er sterben bevor seine recovery kommt oder man tut das recovery zuerst durchführen und dann den gift effekt ticken lassen hier ist es nicht ganz eindeutig beschrieben ich empfehle dass ihr hier vor dem spiel euch ja eine regelung selbst trefft ob ihr positive effekte zuerst ausführen lassen dann die negativen oder erst die negativen und dann die positiven ich würde es immer so spielen dass wir zuerst die positiven effekte applizieren das heißt er kriegt zuerst sein recovery und dann tickt erst das gift aber das kann jeder für seine regeln so bestimmen wie er es gerne möchte ihr solltet es nur im kampf dann überall gleich machen nicht dass in den einen kampf sagt ja hier kriegt patches jetzt sein seine recovery dazu sein in ability und danach erst das gift und beim tyrann macht das anders herum das wäre in dem sinne auch nicht vom spiel her fair gesehen deswegen wenn ihr dann diese entscheidung trefft tut sie für euch generell für das gesamte spiel treffen und ich werde es so gemacht positiv vor negativ das heißt immer erst plus lebenspunkte dazu durch recovery oder innate und dann erst der gifteffekt okay wir haben diesen benutzt das heißt er kommt jetzt hier in unserer verbrauchten würfeln können wir diese runde auch erstmal nicht benutzen dann haben wir jetzt hier noch vier angriff drei werden durch seine dicke haut ja absorbiert aber ein schaden kriegen wir trotzdem auf ihn drauf und das ist schon mal für die erste runde gar nicht so schlecht der gegner ist dran er hat sein recovery kriegt einen dazu kriegt jetzt drei tatsächliche schaden den er nicht blocken kann 1 2 3 und das gift geht runter auf 2 das wird also schwächer aber es ist immer noch auf ihm drauf so dann benutzt er die würfel die er hat das ist ein angriff ein verteidigung und seinen tyrannen würfel also diese drei die er jetzt werfen wird gegen uns so haben wir einen knochen gucken wir mal hat er irgendwas nein hat er nicht also das ist für ihn sinnlos dann hat er zwei schaden die er auf uns drauf bringt 12 die müssen wir abziehen und dann haben wir hier noch die keule die er hat also seine donnerkeule und hier heißt er wie gesagt ein tatsächlicher schaden und am weitesten von ihm weg das heißt er schubst uns hierhin wir verlieren noch mal ein leben durch den tatsächlichen schaden und sind dann jetzt in runde 2 dran kriegen unsere fähigkeit ein leben zurück und überlegen jetzt wie es weitergeht ja so richtig komme ich nicht an ihn ran ich könnte jetzt 123 dexterity verwenden um einen würfel zu werfen würde sinn machen wenn ich jetzt das toxin verwenden könnte könnte ich aber macht nicht viel sinn wir haben ja noch zwei ja drauf und das kann auch ruhig noch ein bisschen runter ticken das heißt ich werde jetzt ein bisschen in defensiv gehen und zwar nehme ich dazu drei verteidigungswürfel da ich kein ziel wählen kann 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 ich jetzt auch kein angriffswürfel benutzen also defensivwürfel darf ich benutzen auch wenn ich kein ziel habe da gibt es keinen grund warum man das nicht benutzen kann aber um einen angriff durchzuführen selbst wenn ich jetzt nur auf knochen gehen möchte diese würfel darf ich wirklich benutzen wenn ich ein ziel wählen kann das kann ich als ja nahe kämpfer mit patches aber nicht deswegen habe ich jetzt nur die möglichkeit die drei würfel als defensive zu nutzen ja dann haben wir einen knochen und dann haben wir defensive und mal gucken ob man die behalten dürfen gut wir waren dran das heißt jetzt der gegner dran so mal gucken was man jetzt macht als erstes kriegt er ein leben zurück durch sein recovery und dann tickt das für 12 auf ihn und geht runter auf 1 hat noch zwei leben gucken wir mal wie wir jetzt der sache her werden so er ist dran er kommt auf uns zu 1 er darf sich diagonal bewegen ja und 2 geht hier hin und wird jetzt wieder ein verteidigung ein angriff und ein tyrannenwürfel gegen uns werfen ja genau das eingetreten was ich nicht wollte nehmen wir mal die würfel raus die er gekriegt hat das erste was passiert ist er zerhaut uns unsere defensive das heißt alle würfel gehen aus unserem aktiven slot raus und das vor dem kampf des weiteren kriegt er jetzt hier eine verteidigung oben drauf für die nächste runde und er haut uns noch mit einem schaden drauf das war die runde 2 wir kommen in rund 3 sind wieder dran kriegen aufgrund unserer fähigkeit wieder ein leben zurück und müssen jetzt mal gucken wie es weitergeht ja dann hoffen wir ein bisschen auf unser würfel glück bei dicke haut 3 die wird zwar immer durch gift durch strung aber durch sein recovery wird dieser letzte giftig ihm nicht wirklich großartig kratzen liebe leben hat er noch zwei aber dann auf drei gehen wir bräuchten jetzt schon ein 3er giftig um ihn auszuschalten okay wir warten mal noch eine runde ab weil es tut nicht weh jetzt ein gift runter ticken zu lassen und dann ein recovery es sei denn er kriegt uns dann übers gesamte spielfeld okay dann werden wir es so machen und zwar wir nehmen drei angriffswürfel vielleicht haben wir ja gut würfel auf alle fälle das schild erstmal weg zu machen und vielleicht kommen wir ja doch bis gut durch und ich nehme mir jetzt schon das toxin in der hoffnung dass ich einen höheren effekt werfe okay dann schauen wir mal was wir kriegen okay wir haben einen knochen wir haben drei angriff und ein zweier gift jetzt lasst uns überlegen also der knochen geht ja erstmal hier rein da können wir erstmal nichts falsch machen dann haben wir jetzt hier die drei angriffswürfel so als erstes würde das schild weg gehen weil zuerst gehen die schilde weg weil diese dicke haut tut nur vor schaden schützen aber wenn ich mit schild vorher absorbiere dann ist das ja noch kein schaden das heißt das schild geht erstmal raus und dann habe ich jetzt hier noch zweier angriff was an der dicken haut 3 einfach nur ab halt so und jetzt muss ich überlegen wenn ich jetzt hier ein zweier gift draus mache für dieses toxin dann würde er sich um ein zeilen käme auf drei und dann wieder runter auf zwei dann hätte er immer noch ein leben ich werde diesen nicht benutzen wie wir chancen habe ich dann auf der drei nur eine chance das ist jetzt nicht so toll ach ich riskiere es ich nehme die zwei gift mit legen quasi jetzt wieder ein zweier drauf ich darf es nicht erhöhen sondern nur dazu machen also nicht dazu addieren sondern ersetzen das steht wirklich dann im referenz guide reset a poison die das heißt also einer wird weggenommen und der neue effekt kommt wieder drauf dann ist der most dran kriegt ein leben zurück und kriegt dann schaden ich lege das gleich mal wieder weg ein und zwei und er tickt und auf eins hat jetzt noch ein leben und ist dran und wird uns wieder behaken und jetzt haben wir so ein bisschen die angst dass er uns weit weg schubst und sich durch sein recovery dann wieder hoch heilt ja und er schubst uns natürlich wir kriegen erstmal ein schaden durch diesen dann kriegt er hier ein schild drauf und haut uns jetzt mit der keule einen weiteren tatsächlichen schaden zu und kickt uns ganz weit weg ok was tun wir jetzt runde nummer vier hat begonnen ok dann kriegt er erstmal eins wieder zurück ich werde jetzt damit ich es auch nicht total vergesse wir haben ja noch zwei von diesen eine jetzt schon mal benutzen und mir noch ein leben wieder zu geben dann sind wir schon mal auf fünf ok dann werden wir wieder hier hinten stehen bleiben und ja drei verteidigungswürfel werfen um vielleicht um am besten noch ein paar knochen zu generieren natürlich kein einziger knochen drei schilder die können wir erstmal rein platzieren wir haben drei slots hier oben übrig die sind erstmal drin und schauen wir mal was jetzt passiert wenn der boss dran ist er kriegt ein leben zurück durch sein recovery verliert aber eins wieder durch den gifteffekt das heißt er ist immer noch auf ein leben ist es aber gift frei und wird jetzt jede runde eins wieder heilen er kommt zu uns mit 12 und würfelt jetzt mal daher einen aktiven verteidigung server schon auf sich hat wird dieser nicht geworfen der bleibt so lange stehen bis er aufgebraucht worden ist selbst wenn er jetzt die chance hätte auf eine 2 zu kommen würfel die auf ihn liegen wir hatten nicht geworfen zählen zu seinem kontingent das heißt ich mir vielleicht auch kein extra dazu sondern jetzt wirklich nur einen angriff und diese keule ja ein knochen macht gar nichts aber er schubst uns wieder am weitesten weg von ihm für einen tatsächlichen schaden den wir kriegen ja das kann jetzt ziemlich lange so gehen gut dann runde nummer fünf haben wir wir kriegen wieder ein leben zurück und ich werde mich mal um eins bewegen und wieder drei verteidigungs kann ich ja gar nicht ja doch dann muss ich sie rausslotten weil ich habe schon die drei hier drin und ja wenn ich sie werfen muss muss ich sie wieder deaktivieren das kann ich und das werde ich auch weil ich möchte ja gerne knochen haben für meinen backup plan wenigstens einmal und dann haben wir schon mal drei dann haben wir hier wieder drei verteidigung unsere runde ist beendet der boss ist dran kriegt jetzt ein leben wieder zurück und jetzt wieder auf zwei leben und kommt jetzt 12 auf uns zu und wird uns wieder angreifen für einen schaden der vom schild weggenommen wird und dann wieder eine keule am weitesten weg wäre die position für einen tatsächlichen schaden den ich nicht blocken kann dann kommen wir jetzt in unsere runde 6 wo alle jetzt immer einen schaden kriegen den würde ich gleich wieder zurück setzen weil ich ja meine innate fähigkeit fähigkeit habe ja 1 2 3 1 2 3 was sagt denn unser bäcker plan bäcker plan 3 zwei schaden ist eigentlich genau das was ich bräuchte oder ich versuche auf gift zu gehen er hat jetzt hier noch zwei aber ich müsste auch durch die dicke haut und ich müsste an ihn ran das heißt ich werde versuchen mir wieder einen ja diese darts wieder zurück zu holen und dem ich meinen bäcker plan auf vier kriege heißt für mich ich werfe wieder nehme hier den würfel raus und werfe wieder mit drei verteidigungswürfel und versuche dahingehend die können das mal raus und backup plan hinzukriegen wieder nix drei schilde wenn es mal klappen sollte dann klappt es nicht ok gut dann ist der boss dran 12 greift uns wieder an haut uns unsere verteidigung weg und greift mit 0 an das war richtig glücklich weil jetzt stehen wir neben ihn und jetzt können wir was draus machen ok wir sind wieder dran es tickt auf uns beide der halt er kriegt noch sein recovery von der vorigen runde und dann jetzt würde das wieder abgezogen werden und wir kriegen unseres auch wieder zurück es bleibt also alles so wie es ist das habe ich vergessen das recovery aber kann man ja noch beheben so wir sind dran und jetzt benutze ich natürlich meine drei angriffswürfel und einen verteidigungswürfel in der hoffnung den letzten schaden jetzt weg zu kriegen das wird reichen weil ich werde hier beide in die bones rein nehmen ein schaden geht hier weg dann hätte ich jetzt hier noch eins ja wenn ich jetzt die nadel aktivieren beim backup plan kriege ich zwei zusätzlichen schaden wäre ich bei drei dann komme ich noch nicht durch das heißt für mich ich werde jetzt hier eins zwei drei vier auf brauchen und mir wieder die darts holen für die nächste runde ja und der eine schaden verpufft an seiner haut und dann hoffe ich mal dass er mich jetzt nicht aus den latschen schlägt er ist dran kriegt wieder eine recovery zurück und haut mich jetzt wieder mit seiner keule der wird normal geworfen kriegt ein schild ein schaden den er mir zufügt direkt und die keule macht noch mal einen schaden und schubst mich weit weg ja und wir sind wieder dran als erstes die runde dran das heißt es tickt einmal schaden tickt einmal schaden wir kriegen aber einen zurück durch unsere innert aktivität und jetzt wird zeit für die heilung und dafür nehmen wir unsere beiden heilwürfel und ich nehme noch dazu zwei defensiv würfel und habe jetzt erstmal die zwei defensiven die tue ich oben rein und dann habe ich hier zwei mal drei das sind sechs da ich ja sieben leben habe zwei sind noch übrig bin ich auf alle fälle mit plus sechs wieder bei meinem maxi mal leben von sieben und das ist gut so jetzt hat er wieder eine weile an und zu knabbern die beiden würfel werden verbraucht kommen hierhin der gegner ist wieder dran kriegt da wieder sein recovery vergessen quatsch er kriegt jetzt ein recovery so rum und kein keine erschöpfung und ja kommt jetzt wieder mit 12 zu uns näher und wird jetzt wieder angreifen haut uns unsere verteidigung weg und danach einen schaden aber er schubst uns nicht weg und das ist genau die situation die ich jetzt gerne haben wollte jetzt ist wieder eine neue runde dran alle beteiligten verlieren ein leben und wir nutzen jetzt unseren dart und wir benutzen drei angriffswürfe in der hoffnung dass es jetzt reichen wird das sollte reichen und zwar wir haben jetzt hier die drei angriffe einer wird wieder absorbiert zwei prallen an seiner haut ab aber wir kriegen einen gifteffekt auf ihn für drei und der dart verbraucht sich wieder der norm ist jetzt dran kriegt durch seine fähigkeit wieder eins zurück kriegt aber jetzt drei tatsächlichen schaden und das ist mehr als genug um ihn auszuschalten norm ist besiegt ja wir georlogs haben gewonnen und ja der lohr vom bösen norm befreit ja ich hoffe es hat etwas spaß gemacht ich konnte das spiel euch etwas näher bringen wenn ihr lust habt und es war diesmal eine sehr sehr anführungszeichen kurze runde weil norm ist ja jetzt nicht von der spiel länge so bekannt ihr seht es auch wir haben noch relativ viel slots offen hier gehabt wir haben wir nur vier von diesen würfeln benutzt wenn ihr interesse habt und ich einen weiteren play to machen soll vielleicht einen tyrannen auswählt oder vielleicht einen georlog den ich im solo mod euch vorstellen sollen ihr habt ja in meiner ersten unboxing video gesehen was ich alles habe also ich habe eigentlich alle georlogs die es zurzeit gibt und wenn ihr da interesse habt dass ich euch den ein oder anderen live im spiel näher bringen soll dann schreibt es einfach in die kommentare rein und dann sehen wir weiter wann ich das dann machen kann ich möchte euch jetzt gleich noch wer das hier kurz alles noch aufräumen und wer hat euch gleich jetzt noch dieses lockpicking das heißt also dieses jahr schlösser knacken dann mit diesen würfeln erklären ja wer wie das noch interessiert der bleibt einfach dran ansonsten hat mir spaß gemacht ja wenn es euch gefallen hat daumen nach oben würde ich mich immer freuen oder abonniert den kanal für diejenigen die das lockpicken jetzt nicht interessiert könnt ihr jetzt ausschalten ansonsten bleibt einfach dran und ja wir sehen uns gleich wieder in 321 und so ihr seid noch da dann zeige ich euch jetzt wie das mit dem schlösser knacken funktioniert dieses sogenannte lockpicking ihr habt ja in der recovery phase einmal die möglichkeit einen schlösser knack test zu bestehen und das sieht wie folgt aus dafür holen wir uns noch mal patches hier zurück ihr seht übrigens ihr könnt die karte oder die map auch mit den würfeln zusammen transportieren das heißt also vom tisch irgendwie wegrutschen die würfel bleiben relativ stabil ihr seht hier drin also das haben sie wirklich sehr gut gelöst so dann suchen wir uns mal eine trof gut karte ich nehme gleich mal die erste jetzt hier raus wenn ihr so eine loot karte habt dann habt ihr hier drüben diese roten knubbel oder bälle wenn ihr eine loot karte habt und hier ist noch nichts geöffnet dabei dann legt ihr sie einfach so hin und keine von diesen treten an diesen an diese roten knuppeln ihr habt das für zwei loot karten könnt ihr das machen apropos loot ihr dürft maximal vier loot karten behalten während des gesamten spieles habt ihr mal mehr loot dann müsst ihr eine ablegen ja und wenn ich jetzt diese schloss knack aktion machen möchte wie gesagt einmal am tag kann ich jetzt mich hier dran versuchen ich muss das auch nicht alles auf einmal schaffen deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal die karte wir müssen immer anfangen von links nach rechts na dann haben wir hier für l lever dann haben wir hier trip und dann haben wir hier fort diese drei sachen müssen von links nach rechts geknackt werden das heißt wir müssen versuchen als erstes drei lever hinzubekommen ja und dafür nehmen wir unseren würfel und alle vier würfel die zum lockpicking gibt das ist so ein gelber da sind mehr so trips sachen drauf dann haben wir hier die grauen da ist mehr so forst drauf und die braunen ist mehr lever drauf und das ist noch ein aktionswürfel den wir bei jedem schloss knackwurf mit dazu werfen dann fangen wir mal an wenn wir am ersten wenn wir an den ersten schloss gleich am anfang scheitern sollten dürfen wir einmal am tag dieses noch mal wiederholen aber nur am ersten schlossen da sollten wir das erste schloss knacken und am nächsten tag dann das zweite gehen und das geht dann fehlt dann aber pech gehabt nur das erste dürfen wir noch mal probieren aber schauen wir mal was wir jetzt hier kriegen so dann gucken wir uns die sache jetzt einfach mal an wir wollen drei lever als erstes schaffen das also 3l das haben wir so an sich noch nicht geschafft weil wir haben nur 2l 1 t und 3f wir brauchen ja 3l wir können auch die würfel zusammen addieren wenn es so wäre da wir aber ja nur zwei haben ist dieses schloss noch nicht geknackt aber dann haben wir hier diesen aktionswürfel denn der ist dann immer wichtig dieses symbol sagt zum beispiel dürfen einen von den würfeln nochmal werfen ich könnte jetzt diesen 2l noch mal werfen der hoffnung dass ich die drei kriege die chance ist aber nicht so hoch deswegen werde ich jetzt ja wie war man hier drauf einmal braun auch nur einmal braun also ja ist eigentlich die gleiche chance dann gucken wir mal indem wir einfach mal hier noch mal werfen und haben jetzt hier 3t und haben jetzt diesen würfel dazu bekommen ok diesen dieser wird immer mit dazu geworfen das heißt also das ergebnis was jetzt hier komplett ist ist immer noch das wo wir auswählen können dieser würfel bedeutet wir können eins von den buchstaben abändern das heißt wir können aus einem t 1l machen das heißt das werden wir jetzt hier tun indem wir diesen aktionswürfel hier drauf anwenden aus dem t 1l machen und haben jetzt drei lever und in dem sinne das schloss geknackt aber wenn ich es diesen würfel dann auch benutzt zum knacken muss ich ihn verbrauchen das heißt aus diesem würfel bereich rausnehmen aber da wir jetzt das erste schloss geknackt haben dürfen wir jetzt hier den ersten draht an den ersten knubbel setzen um auch für den späteren tage anzuzeigen wie weit bin ich hier im fortschritt das heißt also das erste ist geknackt als nächstes bräuchten wir zwei trip bedenkt dass ihr pro wurf da was ihr verwendet ist wenn ihr einen würfel verbraucht immer nur ein schloss knacken dürft selbst wenn jetzt hier noch ein das 2 t dazu wäre dürfte ich es nicht gleichzeitig benutzen ich darf immer nur ein schloss je runde knacken aber ich habe noch würfel übrig das heißt ich darf weiter würfeln und das machen wir jetzt versuchen wir die 2 t hinzukriegen wir haben wieder ein converter wir haben 1f und wir haben 3l und wir werden hier wieder den converter verwenden um aus dem l diesmal 1 t zu machen und das ist eine 3 t und das ist mehr als wir bräuchten wir brauchen ja nur zwei das heißt dieses schloss ist auch geknackt dann können wir jetzt das zweite schloss aktivieren jetzt haben wir beide träte auf den beiden knubbeln und wenn wir den vierten jetzt schaffen dann dreht man die loot karte einfach um und dann weiß man die truhe ist geöffnet ja jetzt ein 4 f hinzukriegen das wird schwer schauen wir mal ja wir haben hier ein 3 t und dann dieses symbol dieses symbol sagt ganz einfach dass ich diesen würfel behalten darf und zusätzlich noch eins dazu addieren darf und muss ihn nicht verbrauchen ja eins dazu addieren wäre jetzt 4 t nützt uns aber nichts das heißt dieser dieses schloss bleibt für uns diese runde noch verschlossen hätten wir jetzt das gewürfelt gehabt dann hätten wir aus dem 3f 1 4 f machen können und hätten das dahingehend auch geschafft ja jetzt ist der letzte würfel wenn wir ihn nicht verwenden können einen würfel müssen wir immer verbrauchen wenn wir knacken das heißt ja ist verbraucht worden wir haben das letzte schloss nicht öffnen können haben keinerlei von diesen würfeln mehr übrig außer unserem action da bleibt immer übrig das heißt für diesen tag ist unsere lockpicking aktion beendet jetzt würde wieder counter kommen wir kommen irgendwann wieder in die recovery phase und können wieder das lockpicking starten mit allen würfel übrigens kann man auch lockpicking bei anderen gear locks machen also wenn man selber keine kiste hat und hat aber selber seine möglichkeiten das zu tun dann kann man auch gemeinsam an den kisten knacken ja und dann gucken wir mal was wir jetzt hier kriegen wir haben hier wieder den converter und dann haben wir hier 2f und dann haben wir hier 2l und konvertieren den zu f und dann hätten wir hier 24f das ist genug um das zu öffnen die beiden würfel würden jetzt verbraucht werden und wir dürfen uns den loot ja umdrehen und hätten jetzt hier ja was ist das denn schickes ein mechanisches eischirnchen was die die gegner ein bisschen ablenken also hier könnte ich mir dann eine von den vier linien aussuchen ist egal ob das in einer fünf oder zwanziger bei die ist da wird er eine runde lang erst mal wieder auf vom vom schlachtfeld verschwinden und nur ein dann eine runde später wieder dazu kommen ja das ist vor allem ein permanenter effekt kann man immer wieder anwenden ja die blut sachen sind recht cool aber sie brauchen halt auch ein bisschen zeit um sie zu öffnen deswegen habe ich sie in dem ersten playthrough gegen normen der eine relativ geringe spiel länger hat jetzt mal nicht so favorisiert weil ich die zeit einfach nicht dafür verschwenden wollte und wollte halt den gegenüber schnelleren gut kamen und mit unserem loot hatten wir ja nicht wirklich so viel glück gehabt aber wir haben normen besiegt das freut mich es ist nämlich gar nicht so leicht diese tyrannien zu besiegen auch die encounter sind wirklich wirklich knackig und jede entscheidung hat irgendwelche nachwirkungen ob man encounter wieder zurück mischen muss oder zusätzliche spezial encounter wieder hinein mischen muss jeder kampf kann anders ausgehen man kriegt man belohnungen man kriegt man keine richtig schöne belohnung das spiel ist vom widerspiel wert immens hoch und es macht die sache ungemein viel spaß ja wie anfänglich oder vorhin schon gesagt wenn ihr interesse habt dass ich noch weitere playthroughs in too many bones machen soll dann schreibt es mir einfach in die kommentare welchen tyrannen welchen gearloge ich euch zeigen soll dann werde ich das auf alle fälle mit in erwägung ziehen wenn dann andere im herbst rauskommt werde ich auf alle fälle mit den neuen gearlogs dann auch mal einen play to starten ich danke auf alle fälle fürs reinschauen freut mich dass ihr dabei seid daumen hoch wenn es euch gefallen hat und auch gerne freue ich mich über ein abo hier auf mein logo einfach drauf klicken vielen dank fürs reinschauen bis zum nächsten mal euer genu